So, und jetzt nochmal das Gleiche. Jetzt schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja diesmal nochmal Bernstein rein. Das wäre ja interessant. Obwohl wir damit eigentlich nichts anfangen können, weil das verbraucht ja ihnen noch mehr Zeugs. Okay, hier ist mehr Grün. Hier ist nichts. Hier ist auch Grün. Ja, gut, dann alles klar. Einmal Körper, bitte. Das schwindet, das schwindet hier alles. Grün ist gut, da haben wir jetzt auch viel zum Auffüllen. Okay. Gut, da ist blau, kann ich jetzt schon mal, genau, das ist ja noch ausgewählt, glaube ich. Oh, ist auch schon wieder hier einiges an Grün drin, schaut mal, sehr schön. Alles für unsere Fürstin als Geschenk. Okay, und dann, Wanda bitte mal, genau, ist aufgefüllt, hier, drüber. Das hat nicht funktioniert. Das hat gelackt. Ach ja, und abspeichern muss ich auch. Rein da, Grün. Mal gucken, ob jetzt hier auch Predatoren sind. Ich sollte auch mal langsam ganz kurz die Aufnahme beenden, gerade auch in Hinsicht der Frames. Muss man das Ganze nochmal, ich würde jetzt zwar noch gerne weiterspielen, aber halt, dass ich das allemal komplett beende und dann nochmal Noé mache. Ich fühle zwei, die hier lauern. Ich kann sie hören. Ernsthaft? Auch hier die Fledermäuse oder was? Oh ja, die Frames sind... Oh ja, die Frames sind... Ah ja, gut, ich gucke ja auch wieder in den großen Bereich. Da steht Farbe drauf. Ah, da stand es letztes Mal ja auch schon, ne? Und da unten liegt auch Farbe. Okay, wir haben ja eh auch blau ausgewählt. Damit können wir ja dann kämpfen. Falls wir kämpfen müssen. Ich sehe jetzt auf jeden Fall gerade keine Flattermänner. Wo ist denn das jetzt? Doch da hinten, da leuchtet doch irgendwas. Das ist, glaube ich, aber gleich weg. Das hatten wir doch schon mal, so eine Farbbobbel, oder? Wahrscheinlich ist er mittlerweile weg. Weil ich viel zu lange brauche. Ja, der Farbbobbel ist weg, Leute. Äh, ich höre irgendwas. Da oben. Da springt gerade irgendwas lang. Auf dem Berg. Seriously? Das sieht aber eigentlich ganz süß aus. So, von hier weit weg. Okay, lass mal den da mal hopsen. Ähm, aber das wird wahrscheinlich der Predator sein. Gut, gehen wir mal hier hoch. Wo ist der zweite? Ich höre hier irgendwas neben mir hopsen. Das finde ich gar nicht gut. Da. Hops da lang. Ich habe Angst. Ja, hopst der jetzt auf mich zu, oder was? Habe ich ihn getötet? Ja. Scheint so. Gute Sache. Dann können wir nämlich hier erstmal hoch. Lieber erstmal vernichten. Es wäre vielleicht wahrscheinlich Farbbesser, sie zu umgehen. Hallo, kann ich bitte hier drauf gehen? Dankeschön. Bitte jetzt keine Segräne losgehen, weil ich habe keinen Bock, das nochmal zu bearbeiten. Äh, aber es ist mir echt lieber, die zu vernichten, wenn sie jetzt nur zwei sind. Wenn sie jetzt hier irgendwie zwölf rumlaufen, ja gut, dann, ähm, ja. Aber dann habe ich irgendwie hier weniger Stress. Okay, hier steht schon mal Niente. Ich glaube, das war nur auf dem unteren. Hier müsste ja eigentlich einiges an Grün sitzen. Die Frage ist natürlich auch, wie gesagt, das ist natürlich eine Miene. Vielleicht sitzt die Farbe hier auch irgendwie im Gestein. Ja, kann natürlich sein. Okay, da ist auf jeden Fall ein bisschen Grün. Okay, jetzt vorsichtig mal hier runterfallen. Okay, hier ist nichts mehr. Aber man hört hier echt hopsen. Neun. Ja, neun. Mit neun kann ich nicht viel anfangen. Aber besser als zwei. Ich möchte mich nicht beschweren. Zehn. Ja, doch. Warum nicht, ne? Wenn du es mal aufnehmen könntest. Dankeschön. Wo hopsen der jetzt eigentlich lang? Müssen wir nochmal rüber gehen? Ich würde ihn ja gerne umgehen. Ist hier eigentlich drüben auf der Seite noch irgendwie Farbe? Nein, auch nichts. Ich will ihn nicht mehr hopsen. Wo ist denn der jetzt hin? Gehopst. Gehopst. Ist da oben noch Farbe? Steht da ganz oben noch Farbe? Weil ich würde es ja schon gern mitnehmen. Sonst würde ich jetzt in die Leere springen. Kann ich jetzt hier runter springen? Ohne, dass ich in die Leere komme? Ja. So, Junge, wo bist du? Ich hoffe, der andere liegt noch. Ja. Ich höre auch nicht zopsen. Vielleicht ist er jetzt da hinten irgendwo langgegangen. Doch, ich höre zopsen. Oh, nicht jetzt die Sirene, ey. Ich höre ihn hobsen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Oh, ich höre ihn hobsen. 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 Irgendwo in der Nähe scheint er zu sein. Ich gehe mal ganz schnell hier hoch. Weil hier hatte ich nämlich noch Farbe gesehen. Wo ist er denn? Also, es hat sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so süß angehört, wie... Wow. Wie sie aussahen. Ja, kannst du mal bitte aufnehmen oder so? Oder gar nicht? Halt. Danke. Wow, das ist echt gut Farbe. Okay, ist hier noch irgendwo was? Aber ich glaube nicht. Ich hoffe, ich kann jetzt da rausgehen, ohne dass... Ich habe ihn jetzt echt nicht gesehen. Der muss irgendwie... Das kann man auch so schlecht wegen den Farben hier, wegen dem Gestein sehen. Halt, wo die denn hopsen. Okay, ich sehe jetzt hier auch keine Farbe mehr. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich will hier eigentlich nur weg. Gehen wir nochmal in den Körper rein. Okay, haben wir hier noch ein bisschen blau? Nein. Aber Gold, dann... Wie viel haben wir jetzt drin? 55. Wie viel Gold haben wir? 39. Dann... Ja, wir brauchen aber eh Gold. Nimm das mal hier raus. Für sie hier. Alles, was wir haben. rein. 12. Warte mal, wäre das nicht sinnvoller, das andersrum zu machen? 39. Ja, wäre es sinnvoller. Ja gut, halten wir uns hier einfach ein bisschen auf. Ist ja kein Problem. Aber cool, dass ich das umfüllen kann. Also das ist echt... Gut, gut, gut. So, bevor wir gleich sterben, nehmen wir hier ein bisschen was raus, pack hier rein. Und ich hoffe, auch wenn das sich hier immer so... hier lang schwimmt, ich hoffe, das geht nicht in die Leere, alles, was ich hier mache. Aber gut. Komplett raus. Hier rein, das nehme ich 60, genau. Und jetzt, genau, Gold. Hier rein. Das raus. Hier rein. Und das Komplett. Hier rein. Ja, das sieht gut aus. Okay, Leute. Ich hoffe, euch macht das Spaß, so zuzuschauen. Ich finde das Spiel... Also mir macht es total Spaß. Muss ich echt sagen. Ich habe nur Angst, dass hier irgendwo das Viech ist und dass ich hier gleich wieder runterfalle oder so. Wie das hier schon mal passiert ist. Nein, läuft gut. Und jetzt schnell in die Leere zurück. Und gleich mal abspeichern. Und dann war doch hier auch noch grün oder so, ne? Gut. Dann gleich weiter. Bewege dich mal ein bisschen schneller. Hopp jetzt. Hier ist nichts drin. Okay. Rein. Oh nee, hier fliegt ja auch noch so ein Predator rum. Ah gut, das war ja nur einer. Oh. Sieht so aus, als gäbe es hier nur einen Predator. Hörst du ihn? Äh, ja. Ja, ich höre ihn. Dankeschön. Dass die mich dauernd von hinten angreifen, finde ich echt superklasse. Du kleine Arschgeige, du. Okay, aber jetzt haben wir ja... Aber ist ja alles easy. Jetzt ist er weg. Jetzt müssen wir auch keine Angst mehr haben. Es wäre wohl echt besser, die zu umlaufen und keine Farbe zu verschwenden. Aber sie hat auch gesagt, ich soll sie vernichten. Ich mache ja nur das, was sie sagt. Oh, hier ist halt nichts dran mehr. Wir müssen mal vielleicht doch nochmal einen Baum machen und echt Farbe rausschleudern. Also, sollen wir ja eigentlich nicht, aber sonst greifen sie ja echt... Also, bringen die ja echt nichts mehr. Kannst du mir nochmal einmal ganz kurz zeigen, wie viel wir jetzt hier so haben? Ja, okay. Blau. Ja, noch ein bisschen. Grün können wir jetzt sammeln. Oh, wir können gleich sie nochmal anmalen hier mit Grün. Okay. 18. Na ja, ist auch nicht wirklich viel, ne? Wir könnten natürlich auch nochmal einen grünen Baum malen, wenn wir jetzt so viel Grün haben. Oh, da steht auch noch Grün. Darum war hier so viel Grün angezeichnet. Was war da? Ne, nichts. Jetzt haben wir ja genau jetzt... Oh, Alter. Frames, dankeschön. Äh, 50. Fast so viel wie ein Baum. Jetzt haben wir ja Zeit, hier rumzugucken wirklich mal, weil er ist ja weg. Ich muss gleich dringend die Aufnahme mal beenden. Frames kacken mich gerade an. Was ist denn das hier für ein schwarzes Kuckloch? Komm, hier die Predatoren raus? Wahrscheinlich. Ich höre immer noch irgendwas im Hintergrund flattern, aber das wird er ja jetzt wohl nicht mehr sein. Sollte er zumindest nicht. Hallo. Kann das jetzt mal hier ein bisschen... Alter, meine Frames! Stell dich jetzt mal nicht so an hier, Spiel. Okay, da ist auch noch so ein Wasser. Wir könnten ja auch den hier beleben. Obwohl er ein bisschen traurig aussieht. Halt. Könnte man den überhaupt beleben? Ja, könnte man. Dann wären wir nämlich gleich an einem anderen Ausgang, falls irgend so ein Viech kommt. Oh, da steht ja noch was. Ich hab dich genau gesehen. Wir gucken ganz genau. Weil jetzt haben wir gerade Zeit. Siehste? Übersteht hier noch was. Da steht auch noch was. Ich verliere hier dauernd den Überblick in diesem Garten. Wo man schon war und wo nicht. Und die... Ich hab auch das Gefühl, ne? Die werfen auch immer weniger ab. Das steht diesmal gar nicht im nächsten Zyklus. Naja, gut. Was? Ich hör schon wieder dieses Schreien von diesem Viech. Aber das liegt doch da tot. Ich würde gerne dir ein bisschen Farbe rausreißen. Scheiß Vieh. Ihhh. Das hat irgendwie... Obwohl... Das sieht ein bisschen aus wie meine Weinbergschnecke vom Mund her. Ich weiß schon wieder nicht, welche Bäume ich jetzt nehmen soll. Ob die hier mit dieser Rankhilfe oder die anderen. Und welchen will ich denn jetzt machen? Da hinten ist das Blaue. Da sind die dann alle. Der ist hier halt so mitten in der Mitte. Wenn hier dann wieder so ein Predator rumrennt... Ich werde jetzt den da drüben anmalen. Ist mir scheißegal. Hier. Der sieht irgendwie cool aus. Ähm. Tropfen Farbe. Da können wir ja Azur nehmen. Äh. Willst du mich verarschen? Hä? Ich kann ihn doch anmalen, oder nicht? Dachte ich eigentlich... Danke. Hier. Achso. Wahrscheinlich habe ich so komisch gemalt. Und er dachte dauernd, was malt die denn da? So. Ja, dann hauen wir jetzt halt noch grün raus. Und zwar einiges. War das jetzt gut? Oder nicht? Wie viel? Jetzt haben wir schon... Wir haben schon wieder... Ja gut, das ist 30. Ja, das haben wir genauso. Ich weiß nicht, ob 30... Ob das zu wenig ist. Ich werde mir das jetzt mal merken. Wir haben jetzt diesmal 30 ungefähr rausgehauen. Mal gucken, wie viel wir da abernten können. Wahrscheinlich ist es echt zu wenig. Ähm. Ich... Ich stecke gerade fest. Boah. Ich stecke gerade fest. So. Aber der sieht cool aus halt, Leute. Der sieht richtig cool aus. Sehr nice. Können wir nochmal einmal in den Körper schauen, bitte? Hm. Warte mal, nein, ich mache das jetzt nochmal anders. Aber wie viel ist da drin? 59. Hier, wegen Zeit und so. Nein, gar nicht. Nein, 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 nein. Das passt schon. Wir brauchen das ja für sie. Damit nochmal ein bisschen jetzt was umgewandelt wird, bevor wir zu ihr gehen. Wir haben ja eh nichts mehr zum Abgrasen. Und danach mache ich dann erstmal einmal Ende hier. Gut. Aber einmal will ich sie noch entmalen. Okay. Ab die Post. Ich kann es nicht länger tragen. Leb wohl. Klappe. Ach, ich habe kein Blau mehr. Habe ich kein Blau mehr? Doch. Ach so, speichern. Natürlich. Darf man hier nicht vergessen. So, kommen wir jetzt hier noch mit unserem bisschen Blau rüber. Dankeschön. Genau, das war ja eh alles leer. Aber wir haben auch schon... Naja, doch da ist ein bisschen grün. In der... Da waren wir ja drin, in der Mine. Aber ich habe nichts mehr gesehen gehabt. Vielleicht ist es irgendwo im Gestein oder so. Oder... Was weiß ich wo. Oder da unten in diesem komischen... Auf diesen einen Weg, wo ich springen wollte. Wahrscheinlich ist da noch was. So. Hi. Hi, 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 hi. Gold habe ich ja eh im Herzen. Vertrauen und so. Das ist ausgewählt. Ja. Was haben wir denn? Geben wir ihn mal. Mhm. Okay. Was passiert, wenn wir dann das Zweite hier vollkriegen? Aber wir werden es wahrscheinlich nicht mehr vollkriegen. Oh, C drücke ich gerade. Warum auch immer? Weil das ist ja noch... Das ist ja nur 38 hier. Ich wollte gerade sagen, wir dürfen nicht alles raushauen, aber es wird ja schnell immer wieder verarbeitet. Ist ja kein Problem. Und hier sind ja, Gott sei Dank, keine Gegner. Okay. 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 Außerdem verschwende ich doch auch gar keine Farbe, wenn ich auch... Das ist aber wenig jetzt hochgegangen. Außerdem verschwende ich doch auch gar keine Farbe, wenn ich dann Bäume zum Beispiel anpflanze. Ich meine, ja klar, ich verschwende sie in dem Moment, aber ich pflanze sie ja an. Sie wird ja dann noch mehr. Ich drücke schon wieder 10. Ja, wir haben nichts mehr halt, Mädchen. Sorry, ich muss leider gehen. Tja. Ich hätte ihr gern mehr gegeben. Ähm, ich habe aber nichts mehr. Ich meine, du kannst froh sein, dass ich dir überhaupt was gebe. Obwohl sie sich ja auch aufgeopfert hat. Sie hat uns ja am Anfang auch Farbe gegeben und so. Obwohl sie selber keine hat. Und wir kriegen hier irgendwelche Herzen und so, muss man auch sich mal eigentlich vorstellen. Okay, wie sieht es hier aus? Ja, das können wir auch gleich rauspacken. Das ist nämlich fast nichts mehr. Das sind 58 und da ist noch ein bisschen was drin. 59. Ich packe das nochmal hier oben. Und das. Und da rein. Ja, gut. Dann gehen wir in die Leere und speichern. Und dann mache ich erstmal einmal Ende. Aber ich gehe nochmal ins Spiel rein, weil ich gerade echt Bock drauf habe einfach. Ich kann mich nicht beherrschen. Und dann können wir eigentlich jetzt nur auf den neuen Zyklus abwarten. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Da drüben, das Grün hatte ich nicht mehr gefunden. Dann ist unser Einerbaum. Dann können wir gleich mal nämlich dann gucken, wie viel der abgeworfen hat, Leute. Dann könnten wir sogar mal am Drädchen drehen, obwohl unser Herz auch schon wieder gleich leer ist. Das ist nicht gut. Dann können wir nochmal einmal gucken. Wir müssen den Zyklus, wir müssen den noch unbedingt überstehen hier. Grün habe ich auch nicht mehr. Wir müssen das jetzt hier noch überstehen. Bis zum neuen Zyklus. Das sieht nicht gut aus gerade. Das sieht nicht gut aus. Gott sei Dank haben wir einen Baum eingepflanzt. Das nächste Mal sollten wir glaube ich noch einen anpflanzen. Sonst sieht das hier nicht gut aus. Ja, den können wir gleich überschreiben. Okay. Aber dann mache ich hier erstmal ganz kurz einen Aufnahmestopp und starte dann aber gleich nochmal rein. Ich weiß nicht. Ich glaube, ja, es passiert hier nicht viel, aber na gut, die Wächter werden wahrscheinlich bald kommen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, fasziniert mich das Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Okay. Ja, dann bis gleich. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Wie auch immer. Tschüss!